Heute zeige ich euch einen Sugar-Sondeffekt-Nagel. Und zwar habe ich jetzt auch meine Skyfall aufgetragen und zwei Minuten ausgehärtet. In der UV-LED eine Minute. Jetzt trage ich Flash-Up auf. Finish-Gel ohne Schwitzschicht. So, dazu nehmen wir jetzt den nächsten Stamm frei. Und das kann jetzt so gut sein. Das ist die erste Stamm. Fertig ist euer Sugar-Sonde-Nagel.